Sie werden die Spezifikationen und den Preis des wunderbaren Handys Hawaii P50 Pocket nicht glauben. Hallo liebe Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe euch geht es gut und ihr seid bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues Video mit euch, in dem es um das wunderbare Hawaii P50 Taschentelefon geht. Ich hoffe es gefällt euch, aber abonniert es wie immer der Kanal, um alles neue zu erhalten und uns zu ermutigen, weiterzumachen. Lassen Sie uns nun die Spezifikationen und den Preis des Telefons verfolgen. Netzwerktechnologien GSM-GMA-PAR-GMA-2000-LT Markteinführung für 2021, 23. Dezember angekündigt Status ist verfügbar Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 Aufgeklappte Körpermasse 170 x 75,5 x 7,2 mm Gefaltet 87,3 x 75,5 x 15,2 mm Gewicht 190 Gramm 6,70 Unzen Dual SIM Nano SIM Dual Standlight Anzeigetyp faltbares OLED 1D Farbe 120 Hertz Größe 6,9 Zoll 109,2 cm2 85,1% Bildschirm Zu Körperverhältnis Auflösung 1188 x 2790 Pixel Seitenverhältnis 21.9 442 Pi Titelansicht OLED 1,04 Zoll 340 x 340 Pixel 328 Pi Plattformos Harmonyos 2.0.2 Update Qualcomm SM 8350 Snaptracking 888 4G Chipsatz, 5nm Octa-Core, 1 x 2,84 GHz Crow 680 und 3 x 2,42 GHz Crow 680 und 4 x 1,80 GHz Crow 680 Adreno 660 Stepu Speicher NM-Karten Steckplatz Nano Speicher, bis zu 256 GB, verwendet einen gemeinsam genutzten SIM-Steckplatz Interner Speicher 256 GB, 8 GB RAM, 512 GB, 12 GB RAM 3-fach Hauptkamera 40 MP, f-1.8, breit, DAF, Laser A 13 MP, f-2.2, 120 Physione heartbeat 32 MP, f-1.8, pro Colombia Mit LED-Blitz, HDR, Panorama Video 4K d.30 FPS, 1080 1080 B e.30 traveling É2550 2020 S też Ministerienne Face, 240 FPS, X Who의� GHznego Seun should beного 2. Ultraweit. HDR, Panorama. 4K i 30fps Video, 1080p i 30fps. Audioverstärkerjahr. 3,5mm Klinke. Comslan Wifi 802.11 A-B-G-N-A-6, Dualband, Wifi Direct, Hotspot. Bluetooth 5.2, A2DP, Le. GPS Ja, mit A-GPS. Bistribank, Glunas, 3, BDS, 3, Galileo, 2, GZSS, 2, Navig. NFC Ja, Radius NR, USB-USB Type C 2.0, USB für unterwegs. Merkmale Fingerabdrucksensoren, seitlich montiert, Beschleunigungssensor, Kreise, Näherung, Kompass, Barometer, Farbsspektrum. Lippo 4000 Mare Akku, nicht entfernbar. Schnellladung 40W Aufladung. 5W Rückwärtsladung. Verschiedene Farben Schwarz, Gold und Silber. Modelle Ball All 0.0. Der Preis liegt bei etwa 1250 Euro. Am Ende des Videos danke ich Ihnen, dass Sie es sich angesehen haben, und ich hoffe, Ihnen hat das Telefon gefallen, und wir sehen uns in einem neuen Video.